Gut, Delfine ist wieder da, dann starte ich die Aufnahme wieder. Jupp. Soll jetzt die Flaggenfarben mal überarbeiten, die sehen so ein bisschen komisch aus. Oh, die sieht doch cool aus. Nicht gut. Ich weiß, dieses eine Rosas sieht auch irgendwie... Naja, scheiß drauf. Ich weiß gar nicht, was du hast. Kein Geld, das habe ich hauptsächlich. Was nehme ich denn für eine Farbe? Ich nehme mal blau. So, oder was? Mal gucken. Jetzt geht es wahrscheinlich gleich wieder ab. Es gibt diesen winzig, dünnen, schmalen Gratischen genau richtig und den triffst du nie. Will ich wieder Bauzeit anmachen? Was? Ja, mach besser mal Bauzeit 20 Minuten oder so. 20? Ja. Jetzt überrennt uns die KI gleich wieder, wenn sie was tut. Ich hatte es auf 30 gemacht jetzt gerade. Ja, auch gut. Viel Zeit. Mach 120 Minuten. Mach 5 Stunden. 5 Stunden, ja. So, Nebel des Krieges mache ich jetzt an. Und dann... Irgendwann mal los, ne? Ja, gut. Okay, ich bin rettig. Ich bin voll rettig. So, ich habe hier unten Kantenflimmern, ja. Genau. Ich habe Flimmern in meinem Kopf, baby. Oh, wir haben jetzt aber schon Startobjekte, wie? Aber vorhin noch brauchen wir keine, natürlich nicht. Da bin ich so eingestellt, ja. Moment, wir haben vorhin schon noch zwei Stück. Sagen wir das doch, Spiel. Boah, mein Blau ist voll dunkel. Hier bewegt sich schon wieder der Erdboden, wenn ich was baue. Achso, ja. Das ist aber normal. Das habe ich vorhin gesehen, wie normal das ist. Gut, was finde ich denn nachforschen? Einen größeren Motor. Weil größere Motoren, ne? Kann ich ein größeres Auto kaufen, um meinen winzigen Penis zu kompensieren. Ich meine natürlich, ich kann mir ein Matchbox-Auto kaufen, um meinen Penis zu kompensieren. Ne, ich bin aber leck. So. Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Verfickt, ich habe mich verklickt. Bauzeit 30 Minuten hier. Der Chat ist begeistert von meinem Stream. Er schreibt nichts, also muss er begeistert sein. Ist ja auch ein super Spiel. Hä? Ist ja auch ein super Spiel, kann man ja nichts sagen. Ne. Hältst du wohl gerne so. Voll die Party ab. Ja, geht voll ab. Ich sehe es schon. Es ist fast schon unterhaltsam, was ich hier streame. Oh, mal ein bisschen Lanza. Lanza willst du hören? Scheiß Nazi. Gibt es denn noch Ölquellen? Oh, ich habe sogar Verteiligung. Jetzt leckst mich aber am Arsch. Ja, du brauchst ihn. Wie willst du noch brauchen? Es kommt darauf an, wie die KI abgeht, ne? Es ist so, wie beim letzten Mal abgeht, dann reicht die aber nicht. Vor allem, weil hier irgendwie nicht mal alle Wege zu sind. Ist ja voll der Kack. Gut, kann ich schon. Ich baue mir mal ein Fahrzeug zusammen. Lightbody, Mediumbody, Mediumbody. Du kannst die Karte auch vergrößern, ne? Weißt du schon. Ja, da war irgendwas so. Ich hätte gerne einen Reifen. Oh ja. Triple Rocket Lanza. Ja, Lanza war Lanza. Bunker Bastard. Der war cool. Ich nehme Lanza, komm. Gut, jetzt bausten wir mal... Drei Stück davon, so. Ich entdecke gerade Power Resources. Ja. Ich finde hier ein paar. Bei dir sind aber auch noch ein paar. Ich erfinde mal den horizontalen Wall. Ich habe davon ein Kraftwerk. Ich brauche, glaube ich, ein paar mehr Kraftwerke. Ich glaube, ich brauche erstmal hier Aufrüstung. Ah nein, hier wird noch... Hier wird noch geforscht. Das unterbricht dann hier. Ich brauche erstmal... Er macht es natürlich trotzdem. Leck mich. Er macht es trotzdem. Das Ding aufrüsten. Wo der noch geforscht wird. Mensch. So, wir wollen. Was wollen wir denn? Wir wollen... Mehr Energie. Autoloader klingt gut. Und mehr Panzerung. Panzerung ist immer gut. Man kann nie genug Panzerung haben. Genau. So, Power Generator würde ich gerne. Einen. Zwei. Drei. Vier insgesamt, glaube ich, dann. Vier. Fünf, sechs, acht war das Maximum, ne? Ja. Zwei. Vier. Aber ob du die alle ausgelassen kriegst. Nix. Bei der Karte schmierig. Sieben, acht. Ja, aber kostet ja nichts. Doch, ein bisschen. Ja, komm, geh nach Hause. Hallo, reagierst du mal auf mich? Danke. So. Wo ist denn der Feind? Ich gehe jetzt mal den Feind suchen. Unten links ist er irgendwo. Ja, ich schicke mir mal einen fetten Panzer dahin. Oh, ich schicke beide Panzer hin. Sammle euch hier mal. Willst du meine auch noch haben? Dann kannst du die auch noch hinschicken. Nein. Meine Tauben mehr. Ich will nützige Panzer haben. Nicht den Schrott, den du da baust. Ja, nur die gleichen. Warum hast du die gleichen wie ich? Ich dachte, die sind gut. Du kopierst mich. Hat die ich schon zuerst gebaut? Nein. Gut nicht. Ich habe gleich einen größeren Motor. Dann kannst du alt aussehen. Dann brenne ich da den ganzen Treibstoff, den ich da habe. Nehmen die mit. Los. Ach, komm schon. Das dauert zu lang. Die sind viel zu lahm. Wo sind die überhaupt? Keine Ahnung, wo hast du die hingestellt? Unter deine Basis. Achso, da. Ja, für den Fall, dass die KI nichts macht, habe ich dann ordentlich Unterstützung. Hallo. Fahrt mal da runter. Ich weiß zwar nicht, was da ist, aber fahr da mal hin. Mehr Panzerung will ich haben. Ich sagte, ich will mehr Panzerung haben. Tankkiller Rocket klingt nach etwas, was ich haben möchte. Heavy Rocket Bastion. Warum nicht? Du darfst die KI aber noch nicht angreifen, ne? Nicht? Nö, ist ja noch Bauzeit. Äh, erregt mich doch. Oh. Also du kannst dich schon angreifen, aber dann verlierst du deine Panzer. Greifen die automatisch an? Ja. Oh. Wird lustig. Wenn wir sie sehen. Na, na, baut schon Panzer ohne Ende. Hallo, fahr dir mal weiter da runter. Die Wegfindung. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ich soll vielleicht erst mal so ein paar Kraftwerke bauen. Äh, Kraftwerke, Öl. Das ist voll das amerikanische Spiel. Ständig brauchst du Öl. Das stimmt. Aber es ist nicht von amerikanischen Entwicklern. Na, behauptet wir ja. Ich. Ach. So, komm. Entwickler saßen damals in United Kingdom irgendwo. Ach so, diese amerikanische Kolonie. Genau. Ich... Ich sehe das gerade richtig. Ich habe Verteiligung. Ach nee, da hinten drum kann man glaube ich noch fahren. Ich wollte gerade noch sagen. Ich sitze irgendwo. Ich habe Verteiligung in eine Richtung, wo es gar keine Angreifer geben kann. Aber... Ich sehe gerade ich auf Verteiligung in eine Richtung nicht, in die ich angegriffen werden kann. Was willst du da? Verpiss dich. Ich bin schneller als du. Ja, da links, ne? Das ist ein bisschen sinnvoll. Aha. Ich war schneller. Wer war schneller? Mehr als du. Du schwarze, du. Oder du blau. Keine Ahnung. Ach so. Du meinst wegen dem Ölbottom. Aha. So, ich hätte gerne mehr Energie. Kann man da was erforschen? Das ist doch noch mehr Energie. Was? Ich wollte gepanischt. Ich soll eigentlich nicht schießen. Wohin überhaupt? Ich sehe nichts. Ach so, die haben ja auch Verteiligung dann stehen. Ah, natürlich. Gut, ich habe gerade glaube ich fast alles verloren, bis auf die eine Einheit. Ja. Nee, zwei hast du noch. Keine Ahnung. Die andere ist ewig weit weg. Ja, ewig weit weg. Was passiert überhaupt, wenn ich da mit meinen Einheiten jetzt runterfahre und die auf mich schießen? Dann müssten sie theoretisch auch was verlieren. Das könnte jetzt gleich interessant werden, meine Damen und Herren. Könntest du auf No Fire machen und dann runterfahren? Konnte man das nicht? Ach nein, kann man das hier schon irgendwo einstellen? Was? Dass die Einheiten nicht schießen sollen oder so? Ja, kann man einstellen. Rechtsklick auf die Einheit. Ah, richtig, richtig. Ja. Hold Fire. Gut, jetzt fahren wir mal dahin. Invaded to enemy territory while peace time. Sehr gut. Das heißt, ich darf da auch nicht hinfahren. Oh. Okay. Das heißt, wir werden erst sehr spät herausfinden, ob die KI irgendwas macht. In 20 Minuten. Und was ich brauche, ist mal noch so ein LKW technisch. Ich will auch, glaube ich, mal wieder irgendwas erforschen. Ähm. Ne, das nicht. Größeren Motor. Klar, immer. Heavy Body. Jawohl. Klar. Oh, Soul Gun. Klingt schon so scheiße. Ich habe Vorsprung mit dem Mortar. Mortadella, bitte. Könnten höchstens VTLs bauen und dann rüberfliegen. Das geht? Okay. Langsam hier angreifen. Ich nähere mich mal langsam dem Feind an. Ganz langsam tue ich das mal. Mit einem LKW. Ja, Mann. Ist hier noch einer oder? Ah, da oben. Gut. Und dann. Wo war denn? Hier ist nur noch irgendwo einer. Da oben. Wird wahrscheinlich nicht rankommen, aber ich komme da an. Ist ja voll Ölgeil hier gerade. Ich habe kein Öl. Ich bin einfach nur amerikanisch. Ein echter Patriot. Ich bin immer da, wo das Öl ist. Dem Öl steht es hinterher. So, hier ist auch noch nichts, okay. Die KI scheint sich nicht sonderlich für Öl zu interessieren, auf jeden Fall. Dann wird sie auch nichts machen. Sehr gute KI. Scheiße. Das wechselt natürlich jetzt nicht einfach. Das wäre jetzt einfach. Das hat der hier schon alles vollgebaut. Das soll denn die Scheiße? Das war mein Öl. Ich glaube, ich muss die Demokratie bringen. Ich glaube, da müssen wir nochmal gegeneinander spielen, oder? Das soll ich ursprünglich gar nicht streamen. Haben wir ja keine Schlacht gehabt, naja. Ist auch langweilig. Noch mal eine halbe Stunde. Ne, ist doch scheiße. Na gut, dann nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn du mal die ganze Scheiße, die du hier verzapft, gefixt hast. Wieso, das läuft doch alles. Ne, scheiße läuft. Ne, warte mal. Ich glaube, die KI, entweder die Bau die KI was, oder die hat mehr Verteidigung als ich. Momentan ist, sie hat mehr Verteidigung als ich vorne dran. Ich habe den Multiplayer-Modus nicht so toll getestet. Nein. Weil ich da auch nicht verändert habe eigentlich. Nur die KI, ne? Eigentlich nicht. Kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Oh, wurde ich schon wieder gepunished? Ich glaube, ich wurde schon wieder gepunished. Gepunished. Es gibt auf jeden Fall keine Gruppe, die ist zu mehr. Jetzt geht es wieder eine so. Wir rüsten hier weiter auf und forschen weiter. Oh, Öl, Öl. 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 Salatöl. Ja, ja. Ich finde auch mein Chat voll toll. Der ist leer. Achso. Es sitzt einer drin, aber der schreibt nie was. Ich kann das aktualisieren. Ich klicke hier mal auf aktualisieren. Vielleicht ist er einfach nur tot. Mein Chat ist tot. Hol das Reanimationsgerät. Ich komm. Diese Wegfindung ist immer noch scheiße. Fix die mal. Kommst du da überhaupt hoch? Nein, weil die Wegfindung scheiße ist und ich glaube, da muss ich irgendwie rumfahren. Ich glaube, da gibt es einen anderen Weg hoch. Meine Mutter hat einen Weg da nach oben gefunden. Unten kommst du hoch. Unten. Und nach Dörf und dann kann er noch. Wir werden es bald ziehen. So, ähm. Was will ich mit dem Flamer, Plasmidflamer stecken wir in den Arsch. Baue doch mal ein Mech. Der Mutter baut ein Mech. Ich baue Artillerie, Mann. Nein, die sind neu. Ich baue die mal. Ne, jetzt raue ich nicht. Ich will jetzt erstmal hier... ...ein Repair-Fazility bauen. Ich baue den mal. Dann baue du den mal so. Ich baue mehr Öl, weil ich brauche Öl. Ich habe noch zu wenig. Ah, passt. So, morgen Abend wird dann aber Ambers da gestreamt. Den bei Dämon eh nicht zugucken kann. Das ist ja eh nicht mehr. So, und... Wollen wir mal gucken, was man... Haben wir schon V-Tool? So, ich muss noch mehr Gebäude bauen, die ich nicht brauche. Commander-Relay-Station, was ich nicht brauche. Nein, auch von unten komme ich da irgendwie nicht hoch. Oder die Wegfindung ist einfach kaputt. Wer weiß das schon. So, wir wollen bauen... So, wir wollen bauen... Wollen wir von rechts vielleicht? Ja, und rechts kommt man überall hin. Und wir wollen bauen, wir wollen bauen... Ne, hier nix. Eine Siborg-Fabrik. Und wir wollen noch irgendwas erforschen. Und zwar... Ne, das nicht. Scheiße. Viel zu viel Zeug. Sehr gut. Oh, Hellstorm. Klingt doch gut. Oh, es sind irgendwelche... Achso, ach, das ist meins. Ah, okay. Wollte ich uns sagen, da steht eine Basis. Da steht deine Basis. Ja, das hat mich voll überrascht. Ne, ich komme irgendwie gar nicht hin. Oder? Keine Ahnung. Warte, ich komme da hin. Pass auf. Ja, da mir, du Arschgesicht. Jetzt klau dir mir mal eine Zeug, verstehst du? Nein, gut, dann fliege ich da nicht hin. Ich fliege runter. Ich gucke mal, ob die EKI was hat. Bauen wir unten mal einen Turm oder sowas hin. Steck noch ein bisschen. Ein V-Tuber-Truck kann ich schon bauen? Habe ich das schon? Boah, ist das so saufel Öl noch. Ja, aber du überlegst, wohin kommst. Ich habe die Karte nicht gemacht. Ich bin ja eine Wegfindung. Du bist trotzdem schuld. Habe ich endlich mal gesagt, was alle schon länger denken. So, ich will... ...mehr erforschen, natürlich. Äh... Was lässt du denn? Hau Witze, Gun. Hau Witze raus, Gun. Ha, ha, ha. Wo hast du denn die rausgerippt? Bean. Ja, diese Cyborg-Dinger. Das sind Mechs. Die Haare Mechs. Das ist doch lustig. Viel Spaß damit. Das ist eine Ultra. Sie hast da unten mal einen Turm gebaut? Nein. Was soll ich denn jetzt damit? Weiß ich nicht. Spaß haben. Ja, also viel Spaß. So. Können wir überhaupt schon Sensortürme bauen? Kannst mit Alt übrigens deine eigenen Gebäude angreifen. Und Einheiten. Auch deine? Wenn du Alt festhältst. Nein, meine nicht. Gut. Fahrt mal runter und baut mal Sensortürme da unten. Ich will den Feind mir jetzt mal aufs Nea anschauen. Obwohl man das so nennen kann. So, Research ist abgeschlossen. Nennen, nennen, nennen. Oh, ist voll spannend. Der Livestream. Der Wahnsinn.